Hallo Leute! Ich mache einen neuen Kanal. Also ich habe noch keinen Kanal gemacht aber ich mache einen neuen Kanal. Der heißt Vlog Waffel. Ich mache jetzt in der Zeit sehr viele Vlogs und ich gehe gerade zum Bus. Ja, was soll ich sagen? Also ich hoffe es gefällt euch und ja das war das Herzlich Willkommen Video. Tschüss!